Yes, sorry ladies and gentlemen, boys and girls, was geht ab? Ich bin's Baschkix für euch am Start mit einem neuen, freshen Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich wie immer mega, dass ihr eingeschaltet habt, denn wie ihr uns schwer erkennen könnt, habe ich ein Gewinnspiel für euch vorbereitet. Also ich würde sagen, let's go! Ja Leute, da sich bei mir geschäftlich in letzter Zeit sehr, sehr, sehr viel getan hat und ich mittlerweile Ambassador oder Stiller Teilhaber einer Sneaker Cleaner Firma aus Hannover bin, nicht irgendeine Sneaker Cleaner Firma, sondern zwei gute Freunde von mir, die haben vor geraumer Zeit eine Sneaker Cleaner Firma gegründet und da ich jetzt da so quasi geschäftlich mitwirke, dachte ich mir, mach ein Gewinnspiel und mach ein bisschen Welle und ja Leute, und deswegen starte ich hier ein Gewinnspiel. Ihr wisst, das Wetter ist schlecht draußen, also braucht jeder von euch da draußen, jeder Sneaker Liebhaber, ein Sneaker Cleaner Set zu Hause. Deswegen kommen wir auch zu den Gewinnen, die es hier gibt. Also es wird fünf Gewinner geben, die die Möglichkeit haben, hier diese Produkte zu gewinnen. Und zwar fangen wir an mit Platz Nummer 1. Der Platz Nummer 1 bekommt ein Upkeep Schuh Cleaner Set, wo ihr eine 236ml Lotion habt, die sehr gut ist auf jeden Fall. Dann habt ihr dabei eine Softbrush für das Obermaterial eurer Schuhe und eine Hardbrush für die Sohle, ganz wichtig, und ein ganz großes Towel, was da noch drin ist. Alles hier in dieser wunderschönen Designbox, die auf jeden Fall auch mega gelungen ist. Dazu gibt es dann hier so Kicks, Shoe Wipes nennen sich die. Da sind 36 kleine Feuchtetücher drinne. Die sehen dann in etwa so aus. Also ich gehe ohne diese Dinger nicht mehr aus dem Haus. Ich habe die überall dabei, im Auto, in der Tasche, überall. Und dann gibt es noch ein Protection Spray Level Up dazu. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Das ist auf jeden Fall alles für den Platz 1. Der Platz 2, der bekommt ein Upkeep Schuh Cleaner Set, sprich das hier wieder zusammen mit einer Kicks Packung. Der dritte Platz bekommt dann eine Kicks Packung und ein Level Up Protection Spray. Der vierte Platz bekommt nur noch eine Kicks Packung. Und der fünfte Platz, der bekommt dann nur noch ein Protection Spray. Leute, das war es dann auch schon. Also fünf Gewinner wird es dann halt geben. Ich werde alles unten in die Videobeschreibung reinschreiben. Dann könnt ihr euch nochmal alles detailliert durchlesen, wer was kriegt, weil fünf Plätze jetzt nochmal zu wiederholen ist ein bisschen viel. Auf jeden Fall wird es fünf Gewinner geben. Jetzt kommen wir zu den Kriterien, was ihr halt tun müsst, um diesen Gewinn hier zu bekommen. Ganz simpel Leute, ihr schickt mir auf Instagram Bashkicks, schickt ihr mir auf jeden Fall wieder einen Screenshot zu, dass ihr meinen YouTube Kanal abonniert habt. Aber das Wichtige jetzt an der ganzen Sache ist, dass ihr ein Foto von eurem dreckigsten Paar Schuhe zu Hause macht, was ihr halt finden könnt. Davon macht ihr dann ein Foto oder ruhig mehrere, aber bitte nur von einem Sneaker. Und das schickt ihr mir dann auf Instagram ebenfalls zu. Und im nächsten Video dann, da werdet ihr dann hier den ein oder anderen dann sehen, also was ihr dann halt mir für Fotos zugeschickt habt. Und anhand, wer meines Erachtens nach das dreckigste Paar Sneaker hat, der hat dann gewonnen. Leute, ja das war es auf jeden Fall. Checkt die Jungs hier auch auf Instagram ab, die NKs. Und da findet ihr dann auch ein paar Fotos von mir, die ich da schon geschossen habe für die Jungs. Ich werde da ab und zu halt auch jetzt mal in den nächsten Videos immer wieder mal öfters was drüber erzählen, was da so abgeht. Werdet euch mal mit ins Büro nehmen und da mal so einen Arbeitstag zeigen. Und ja Leute, ich würde sagen, das Gewinnspiel startet ab jetzt. Und da ich schon vorgearbeitet habe, seht ihr jetzt in der Videobeschreibung unten, bis wann das Spiel geht. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr alle mitmacht. Supportet meine Wenigkeit, supportet den Kanal, Leute. Ich würde sagen, stay tuned, bleibt und fliegt, passt auf euch auf, haut rein, euer Baschkix. Peace.